sensation 8,3 prozent rentenerhöhung und eine 13 monatsrente on top obendrauf mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die ja meine damen und herren man glaubt es nicht ja man kann sich wirklich nur die augen reiben und sich die frage stellen was machen die schweizer richtig was machen wir deutschen eigentlich falsch meine damen und herren die schweizer haben am sonntag dem 3 märz 2024 eine 13 monatsrente sich erkämpft und zwar im rahmen einer volksabstimmung zeige ich ihnen mal hier ja ich hatte im übrigen dazu schon mal berichtet zu diesem thema und die haben doch allen ernstes die schweizer eidgenossen mit einer mehrheit von 58 prozent sich für die 13 rentenzahlung durchgesetzt oder eingesetzt für die regierung und das parlament ist das eine richtig schwere schlappe meine damen und herren die schweiz ist bitteschön nicht dafür bekannt ein sozialistisches land zu sein oder links zu sein die schweiz ist stock erzkonservativ und kapitalismus pur meine damen und herren und die schweizer haben in der volksinitiative zum sozialausbau zugestimmt und das hat es seit 130 jahren nicht gegeben das heißt also sämtliche oder das war das erste mal überhaupt dass hier einer rentenerhöhung oder einer zusätzlichen rentenerhöhung mittels volksabstimmung praktisch zugestimmt worden ist und es sind nicht nur die 58 prozent waren ja entscheidend sondern es ist auch entscheidend dass mehr als die hälfte aller kantone dem auch noch zugestimmt haben und vor allen dingen auch da gibt es wirklich stock erzkonservative kantone die da mitgezogen haben meine damen und herren das ist wirklich eine sensation die schweizer kriegen eine 13 monatsrente meine damen und herren die regierung und das parlament haben das natürlich verteufelt haben gesagt um gottes himmels willen das können wir doch gar nicht bezahlen die schweiz ist mega reich natürlich können die das locker bezahlen zumal ja auch die die regierung und das parlament natürlich wenn man sich deren pensions ansprüche anguckt da eigentlich nur beschämt den mund halten müssten denn wir reden ja hier im grunde genommen von irrsinnig hohen pensionen die die regierungsmitglieder in der schweiz haben gegenüber dem was der normale arbeitnehmer dort hat was für uns natürlich auch ziemlich hoch ist aber dennoch lächerlich gering im vergleich wäre meine damen und herren mit der jahresrente mit der 13 jahresrente gibt es de facto eine 8,3 prozentige rentenerhöhung und in der schweiz lag die gesamtrente das heißt also die ahv-rente plus die betriebsrente im jahr 2021 für männer bei 4.400 franken das sind 4.600 euro knapp und bei frauen drei bei 3000 franken das kernproblem warum es diese schweizer volksinitiative hier auch gegeben hat mit dieser volksabstimmung ist dass in der schweiz auch eine immer höhere altersarmut gibt in der gesamtschweiz gesehen 15 prozent aller rentnerinnen und rentner sind altersarm nach schweizer modell in die schweiz ist mega teuer wir wissen dass die mieten sehr sehr teuer sind ich kenne mandanten die wohnen liestal in der nähe von basel die legen für 100 quadratmeter wohnung über 2200 schweizer franken hin das ist richtig viel geld und da haben sie noch nicht mal eine hochmoderne wohnung ja meine damen und herren natürlich ist die schweizer rente im vergleich zu deutschland sehr hoch aber in der schweiz sind wie bekannt auch und wie gesagt die lebenshaltungskosten deutlich höher 50 prozent höher als in deutschland und rentnerinnen und rentner erhalten in deutschland oder in der schweiz keine zuschüsse zur krankenversicherung das müssen die alles selber blechen ja also von der von der seite her ist doch die 13 rente die 13 rente die die sich praktisch erkämpft haben die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer und schweizer rentnerinnen und rentner doch eine ganz feine sache und dient letzten endes auch dazu altersarmut zu begrenzen oder zu verringern ich finde eine gute sache sowas wäre doch mal toll wenn es in deutschland möglich wäre mit der art der direkten demokratie den hochkopforten in berlin einfach mal zu zeigen mit uns geht das nicht aber meine damen und herren das grundgesetz lässt solche volks abstimmungen nur im engen rahmen zu und ist nichts anderes als ein beleg dafür dass die herrschende politik uns menschen letzten endes überhaupt nicht vertraut und uns auch nicht zutraut dass wir in deutschland entsprechend richtige regelungen treffen die auch gegen den willen der politik sind deshalb meine damen und herren daumen hoch wenn sie auch sagen mensch 13 monatsrente wäre doch ganz toll in deutschland oder vielleicht sogar eine 14 monatsrente und vielleicht auch eine volksabstimmung zu diesem thema wäre ja auch mal ganz wäre ja auch mal ganz toll aber letzten endes ich freue mich wirklich für die schweizerinnen und schweizer erzkonservatives land dass die es wirklich geschafft haben sich hier eine 13 monatsrente zu organisieren näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel